Götz Kubitschek ist ein deutscher Kleinverleger, Publizist und politischer Aktivist. Er ist Mitbegründer der Neurechten Denkfabrik Institut für Staatspolitik. Seit 2002 ist er Geschäftsführer des Verlags Antaios. Seit 2003 außerdem verantwortlicher Redakteur der Zeitschrift Sezession und Betreiber des später hinzugekommenen Blogs Sezession im Netz. Er initiierte mehrere politische Kampagnen wie die konservativ-subversive Aktion und war nach Einschätzung von Beobachtern federführend an der inhaltlich-konzeptionellen Fundierung der als rechtsextrem beurteilten Identitären Bewegung in Deutschland beteiligt. Im Jahre 2015 trat er mehrfach bei den rechtspopulistischen Pegida-Demonstrationen in Sachsen als Hauptredner auf. Kubitschek vertritt völkische Positionen und gilt als einer der maßgeblichen Akteure der Neuen Rechten in Deutschland. Leben Kubitschek stammt aus Ravensburg in Oberschwaben. Während seines Lehramtsstudiums an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover und der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, das er mit dem Staatsexamen beendete, veröffentlichte Kubitschek eine CD mit Goethe-Gedichten und Liedern. Er wurde, wie auch seine späteren Mitstreiter Dieter Stein und Karl-Heinz Weismann zuvor, Mitglied in der völkisch geprägten deutschen Gildenschaft, einer bündischen Kooperation. Bis in das Jahr 2002 hinein fungierte er dort als aktiven Sprecher. Nach eigenen Angaben ist er allerdings mittlerweile ausgetreten. 1993 nahm er als Referent an der ersten von Hans-Ulrich Kopp, der dem rechtsextremen Spektrum zugerechnet wird, geleiteten sogenannten Sommer-Universität der Jungen Freiheit auf der Veitsburg zur Ravensburg teil, die im Juli-August in Zusammenarbeit mit dem FPÖ-Hochschülerverband Freiheitliche Studenteninitiative Innsbruck, dem Edgar-Jung-Institut und der Burschenschaft Danubia München konspirativ organisiert wurde. Jener Leserkreis lehnte sich an den antidemokratischen Juni-Club der Weimarer Republik an. In diesem Rahmen hielt er einen Vortrag über den nationalrevolutionären Autor und Rechtsterroristen Ernst von Salomon. Anfang 1995 war er für eine JF-Sonderbeilage über den nationalrevolutionären Autor Ernst Jünger, der einigen als ein Vordenker der Neuen Rechten, gilt verantwortlich. Von Juni 1995 bis Januar 1997 war Kubitschek zuständiger Redakteur für das Ressort Sicherheit und Militär der JF. Auch nach seiner Redakteurtätigkeit blieb er der JF zunächst als Autor treu und gab 2006 in der Edition Anteil aus sie mit dem Chefredakteur Stein. Abgestimmte Jubiläumsschrift 20 Jahre Junge Freiheit heraus. Über längere Zeit gehörte er auch als Stammautor bezeichnet zu den Hauptartiklern auf der ersten Seite der JF. Kellersohn arbeitete die Verwendung bisweilen völkischer bzw. völkisch-nationalistischer Textelemente beim Gastautor Kubitschek heraus. Im Jahre 1996 beteiligte sich Kubitschek mit der von ihm gegründeten Frankfurter Arbeitsgemeinschaft Paulskirche an den Protesten gegen die Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Einige Jahre später, 2010, war er Beteiligter an einem von Neonazis dominierten Gedenkmarsch für die Bombenopfer von Dresden. Von Dezember 1997 bis März 1998 nahm der Reserveoffizier des Heeres freiwillig im Rahmen des SFOR-Mandats am Auslandseinsatz der Bundeswehr in Bosnien teil. Er war als Leutnant der Reserve in Sarajevo stationiert und wurde als Zugführer des taktischen Nippin-Vorzuges verwendet. Anlässlich des Todes von Ernst Jünger im Februar 1998 organisierte er während des Einsatzes eine Lesung aus Werken des Autors. Über seine Einsatzerlebnisse schrieb er gemeinsam mit einem Zeitoffizier, der seinerzeit Mitglied der Republikaner war und den der militärische Abschirmdienst als Rechtsextremisten führte. Das ein Jahr später veröffentlichte Buch Raki Ami Gehmann. Diese Texte und Reportagen wurden 2001 bei Anteil aus Neu aufgelegt. Kubitschek gründete im Jahr 2000 zusammen mit dem Gymnasiallehrer Karl-Heinz Weißmann, einem Hauptvertreter der Neuen Rechten, das Institut für Staatspolitik, das die ideelle und finanzielle Förderung Neurechter Ideen und Personen zum Ziel hat. Und nach Meinung von Beobachtern seitdem mit dem neonazistischen Tinktang Deutsches Kolleg um die Nachfolge des politischen Kollegs für nationalpolitische Schul- und Bildungsarbeit der 1920er Jahre streite. Dem Neurechten Zweck dient auch die Zeitschrift Sezession, ein zweimonatlich erscheinendes Magazin, das seit April 2003 vom IFS herausgegeben wird und dessen verantwortlicher Redakteur Kubitschek ist. Sein Institut grenzte er 2006 vom als zugemäßigt wahrgenommenen Studienzentrum Weikersheim ab. Kellersohn brachte den Stil des IFS und dessen Leiters mit dem faschistischen, eher kalten Stil im Sinne Armin Molas in Verbindung. Bereits 2000 hielt Kubitschek gemeinsam mit Weißmann die Laudatio zum 80. Geburtstag von Mola. 2003 war er Mitunterzeichner der Todesanzeige von Freundinnen und Schülern Molas und hielt an dessen Grab eine der Trauerreden. Seine Aufgabe als Geschäftsführer des IFS gab Kubitschek im September 2008 ab. Sein Nachfolger wurde der Philosoph Erik Lenert. Seit 2002 ist der Geschäftsführer des Verlages Edition Anteios, der mit dem Institut für Staatspolitik verbunden ist. Kubitschek wurde am 16. August 2001 nunmehr Oberleutnant der Reserve U. A. wegen seiner einstigen Redaktionstätigkeit für die junge Freiheit, die seinerzeit in Verfassungsschutzberichten auftauchte. Unter Veröffentlichung des Buches Raki Ami G. Mann aus einer laufenden Wehrübung bei der Führungsunterstützungsbrigade 900 gemäß 29 A. B. S. 1 Nr. 6 Wehrpflichtgesetz entlassen. Da er sich nach Ansicht des Personalamtes der Bundeswehr an rechtsextremistischen Bestrebungen beteiligt habe und durch sein Verbleiben in der Bundeswehr die militärische Ordnung und die Sicherheit der Truppe ernstlich gefährdet würde. Daraufhin veröffentlichte die junge Freiheit im September 2001 einen Aufruf an die Bundeswehr, der sich in mehrere Kampagnen dieser Art einreiht. Darin wenden sich die Unterzeichner der Erklärung gegen die Entlassung des Reserveoffiziers und protestieren dagegen, die Autorschaft für die Wochenzeitung junge Freiheit als Beteiligung an rechtsextremistischen Bestrebungen zu bezeichnen. In der ersten Jahreshälfte 2002 hob das Personalamt der Bundeswehr nach Beschwerde Kubitscheks den Entlassungsbescheid wieder auf. Der Kommunikationswissenschaftler Lutzachmeister bewertete den Schritt nicht als Zeichen der etwaigen Durchschlagskraft des Appellts, sondern verwies auf die mit der Entlassung mutmaßlich verbundenen sachlichen und juristischen Unwägbarkeiten. Kubitschek, der jedenfalls nicht wieder eingeplant und auch nicht weiter befördert wurde, äußerte sich 2008 folgendermaßen. Kubitschek ist in zweiter Ehe mit Ellen Kositzer alias Ellen Schenke verheiratet, die ebenfalls für die junge Freiheit schrieb. Und hat sieben Kinder. Er wohnt auf dem Rittergut Schnellrunder in Steigra. Politische Verortung Kubitschek gilt als Vertreter der neuen Rechten. Während Kubitscheks Weggefährte Dieter Stein den Begriff Neue Rechte als Unbrauchbar und Hindernis ablehnt, verwendet ihn Kubitschek als Eigenbezeichnung. Entgegen den Positionen Steins, der die junge Freiheit in Richtung eines eher realpolitischen Rechtskonservatismus entwickeln will, bleibt Kubitschek einer traditionell-metapolitischen Ausrichtung treu. Dabei wird er Ruhr, a. durch Martin Lichtmests und Manfred Kleine Hartlage unterstützt. Kellerson sieht bei Kubitschek eine grundsätzliche Überschneidung der Begriffsbedeutungen konservativ, konservativ-revolutionär und faschistisch. Bei ihm werden Marinetti, Ben Ernst Jünger, Primo de Riviera, Oberst Moskado zu Kronzeugen eines konservativen Aktionsstils. Der Fluchtpunkt seines politischen Existenzialismus sei der total autoritäre Staat. Gegenwärtig bekämpfe er die liberal verfassten Institutionen. Es wurde ihm von Andreas Mollau vorgeworfen, intellektuelle Selbstbefriedigung zu betreiben und selbst Teil des Systems zu sein. Kubitschek hatte sich 2007 gegenüber Mollau zum einen abschätzig über eine Systemüberwindung als auch kritisch gegenüber der NPD geäußert. Was ich hier in Sachsen-Anhalt in meinem Landstrich so an NPD-Struktur oder Vorfeldstruktur ich meine Kameradschaften oder ähnliches kennengelernt habe, das ist mit Verlaub unter aller Kanone und wird dem selbstgestellten Anspruch nicht gerecht, Deutschland nach vorne zu bringen. Es beginnt beim Benimmen, geht weiter bei den Leitbildern und einem gefährlichen Halbwissen und endet bei den Vorstellungen, wie man die Dinge nach der Machtübernahme regeln würde. Dieser Wettbewerb werde nun die radikalste Lösung und die radikalste Sichtweise zu formulieren vermag. Ist mir fremd. Die Schnittmengen zwischen beiden Protagonisten seien ziemlich klein, so Kubitschek. Seine Aktivitäten wurden etwa von Entstation rechts als nicht extremistisch betrachtet. Wobei Matthias Brotkopp Geschichtsrevisionismus ausdrücklich nicht ausschloss. Dennoch gab Kubitschek dem NPD-Organ Deutsche Stimme 2008 ein Interview. In einem IFS-Vortrag betonte Kubitschek außerdem, So, wie unser Staat gebaut ist, ist er kaum zu stabilisieren. In seinen Fundamenten finden sich viele Einschlüsse, die der Nation das Verderben bringen. Und er zerstört durch seine derzeitige Politik die Substanz des deutschen Volkes. Das ohne Wenn und Aber die Grundlage einer deutschen Zukunft ist. Uwe Backes, Extremismusforscher, bewertete die Auseinandersetzung in einem Beitrag zum intellektuelle N-Rechts-Extremismus in Deutschland als elitäre Distanz. Auch Armin Pfalt-Raubert, Extremismusforscher, betonte, dass die Differenzen weniger bei der Frontstellung gegenüber den Normen des demokratischen Verfassungsstaates, sondern mehr hinsichtlich des institutionellen Weges und der ansprechbaren Zielgruppe bestünden. Nach eigenen Angaben war Kubitschek Anfang der 2000er Jahre kurzzeitig Berater des Landesverbandes Baden-Württemberg der Rechtspartei Die Republikaner, die seinerzeit noch in Verfassungsschutzberichten geführt wurde. 2005 folgte er einer Einladung für den Sommerkongress der Freiheitlichen Jugend des Jugendverbandes Republikanische Jugend nach Mainz-Kostheim, wo er neben Vertretern rechtspopulistischer bzw. rechtsextremer Parteien aus Europa wie der FPÖ und des Flams Belang referierte. Gemeinsam mit seiner Frau wurde Kubitschek am 27. Januar 2015 durch den Sachsen-Anhaltischen Kreisverbandssale zunächst als Mitglied in die Rechts. Der Unionsparteienverorteten Alternative für Deutschland aufgenommen, die Zustellung der Mitgliedsausweise erfolgte so dann am 5. Februar. Am 17. Februar erhielten sie jedoch durch den AfD-Bundesgeschäftsführer die Mitteilung, dass ihr Aufnahmeantrag abgelehnt worden sei. Kubitschek bewertete die im März 2015 durch die Landeschefs Björn Höcke und André Poggenburg initiierte Erfurter-Resolution positiv und unterstütze laut Kellersohn eine Neurechte-Sammelbewegung innerhalb der Partei. Poggenburg, der Kubitscheks-Parteieintritt positiv gegenüberstand und die Entscheidung des Bundesvorstandes um Bernd Lucke kritisierte, pflegt, nach Meinung von Beobachtern, wie auch Höcke, gute Beziehungen zur Beziehungsweise sei Teil der extremen Neuen Rechten um Kubitschek. Kellersohn attestierte eine geistige Nähe. Bereits im November 2015 mitermöglichte Kubitschek seinem bekannten Höcke das Halten einer weithin als biologistisch-rassistisch eingestuften Rede. In Schnellrunder, dessen Mitschnitt Kubitschek im Dezember 2015 kurzzeitig online zugänglich machte, nach Fall Traube erzähle Kubitschek zum politischen Freundeskreis des Landesvorsitzenden Höcke. In dessen Landesverband sich deutschnationalistische Stimmen mit deutlichen Orientierungen in eine rechtsextremistische Richtung artikulierten. Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016 wurde Kubitschek Gast bei der Wahlparty der AfD Sachsen-Anhalt in Magdeburg zitiert mit Aktionen und Veranstaltungen Für Weiß war Kubitschek schon immer mehr Aktivist als Intellektueller. Nach dem Sozialwissenschaftler Alexander Häusler sei er einer der maßgeblichen Akteure einer aktionsorientierten Rechten, die versucht, mit Aktionen auf der Straße, mit Provokationen mit völkischen Inhalten eine rechte Politik in Szene zu setzen. Kellersohn und Häusler charakterisierten ihn 2015 als einen Bewegungsunternehmer. Die Literaturwissenschaftlerin Helga Drucksis, die auch zu Nationalismus forscht, attestierte Kubitschek 2015 in einem Beitrag über die neue Rechte Manipulation der Medien ein rechtsextremer Demagogie zu sein. Kubitschek adaptiert traditionell linke Strategien und Terminologie. 2007 initiierte er mit wenigen Mitstreitern die konservativ-subversive Aktion, welche die eigenen Positionen offensiv und durch spektakuläre Aktionen verbreiten sollte. Der Name lehne sich an die Gruppe Subversive Aktion der 1960er Jahre an, aus der die Kommune i hervorgegangen war. Nach Gideon Bosch war Kubitschek vor Gründung der KSA fasziniert vom Aktivismus und Voluntarismus linksradikaler Strömungen. Karin Priester resümierte, dass es sich bei den Aktivitäten der im Wesentlichen Ein-Mann-Kaserne Kubitschek um einen folgenlosen Tatendrang mit dem Charme studentischer Happenings gehandelt habe. Sie seien weit entfernt vom subkulturell geprägten, nationalrevolutionären Aktivismus des neofaschistischen Casa Pound-Netzwerks in Italien geblieben. Am 6. Oktober 2012 organisierte Kubitschek aus Anlass der 50. Ausgabe der Zeitschrift Sezession zusammen mit Felix Menzel, Chefredakteur der Blauen Narzisse im Berliner Logenhaus im Saarstraße die Messe Zwischentag für Organisationen, Künstler und Unternehmen aus dem Umfeld der Neuen Rechten, bei der auch als rechtsextrem geltende Aussteller anzutreffen waren. Es kamen über 700 Besucher. Auch 2013 fand im Oktober unter Kubitscheks Leitung eine solche Veranstaltung statt. Im Jahr 2012 besuchten Martin Lichtmests, Autor der Sezession, und Götz Kubitschek den Konvent Internationale des Blog Identitär in Orange, Frankreich. 2014 listeten Julian Bruns, Katrin Glösel und Natascha Strobl, die einen grundlegenden Band zur Jugendbewegung der Identitären verfassten. Mehrere relevante Projekte für die Kubitschek sich verantwortlich zeichnet, etwa Anteil aus und Sezession, aber auch mit ihm kooperierende Zeitschriften bzw. Verlage, ein mitherausgegebenes Buch und von ihm initiierte Netzwerke und Tinktanks wie KSA IFS und Zwischentag. Einem politisch-publizistischen Umfeld der Identitären zu. Das Autorenkollektiv Gudrun Henkes, Gerdjan Kök, Giran und Christina Nordboom zählt Kubitschek, Lichtmests, Menzel und Johannes Schüller zu den zentralen Figuren der als rechtsextrem geltenden Identitären Bewegung in Deutschland. Das niedersächsische Innenministerium stellte namens der Landesregierung 2016 fest, dass Kubitschek in der Vergangenheit wiederholt sowohl publizistisch als auch auf öffentlichen Veranstaltungen für die Ziele der Identitären Bewegung geworben habe. Laut Volker Weiß sei er in Deutschland federführend an der Verbreitung des Konzeptes der Identitären Bewegung beteiligt gewesen. Im Jahre 2015 trat Kubitschek unterstützt durch seine Familie bei drei Demonstrationen von Legida in Leipzig als Hauptredner auf. Beim ersten Mal neben Jürgen Elsässer, der für das Querfront-Magazin Compact verantwortlich ist. Beiden Aktivisten zufolge gehe es dem Demonstrationszug auch um Systemkritik. Er stellte im Januar ein Positionspapier zu den Themen Einwanderung und Identität vor, indem er nach der Soziologin Annette Treibel-Illian-Integration als politischen Kampfbegriff verwendete. Auch bei der Veranstaltung von Pegida in Dresden sprach Kubitschek mehrmals als Hauptredner U. A. neben dem niederländischen Rechtspopulisten Gerd Wilders von der Partei für die Freiheit. Er sehe sich zwischen den Ablegern als eine Art Vermittler. Bei einer Compact-Veranstaltung versuchte er später mit Elsässer Gemeinsamkeiten zu finden. Den Aufruf zum »Zivilen Ungehorsam« auf einer Demonstration von PEGIDA im Herbst 2015 interpretierte der Rechtsextremismus-Experte Olaf Sundermeyer. Dahingehend, dass Kubitschek gewaltsamen Protest von Heidenau zum Vorbild für andere erhebe. Zwar habe er sich einerseits von Gewalt distanziert, andererseits sei sein »Politischer Rigorismus« offenkundig gewesen, so Fall Trauber. Kubitschek und andere Redner versorgten die Anhänger von PEGIDA mit Argumenten für den Islam und fremdenfeindlichen Diskurs. Er übte Politik und Medienkritik und vertrat eine »völkische« Position, welche die identitären »Bewegungen« anschlussfähig mache. Wie der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer mit seinen Mitarbeitern in einer PEGIDA-Analyse feststellte. Der Fachjournalist für Rechtsextremismus Andreas Speit nennt Kubitschek letztlich einen »Vordenker« von PEGIDA. Im März 2015 war Kubitschek Gast von Matteo Salvini bei einer Großveranstaltung der rechtspopulistisch-fremdenfeindlichen Parteileger Nord in Rom. Er wurde als Repräsentant der deutschen PEGIDA-Bewegung vorgestellt. Rückblickend hätten die öffentlichen Auftritte im Rahmen von PEGIDA seine Bekanntheit gesteigert. 2011 war Kubitschek Referent beim »Lesertreffen« des Verlagslesen und Schenken des rechtsextremen Verlegers Dietmar Monier. Kubitschek ist oft Redner bei Veranstaltungen. So beispielsweise 2006 bei der »Preußischen Akademie« der rechtsextremistischen Jungen Landsmannschaft Ostpreußen und häufig bei Burschenschaften, insbesondere Mitgliedern der burschenschaftlichen Gemeinschaft. Er trat u.a. bei der Burschenschaft Danubia München und der Burschenschaft Heutonia Prag sowie 2009 beim Linzer Turmkommest Deutschen Nationaler Burschenschaften auf. 2015 hielt er gemeinsam mit Wilhelm Brauneder, ehemals dritter Nationalratspräsident, die Festrede beim Burschentag der Deutschen Burschenschaft in Eisenach. Publizistische Rezeption. Der Trierer Soziologe Roland Eckert legte in einem bei der Stiftung Demokratie Saarland gehaltenen Vortrag dar. Wie Kubitschek ähnlich wie weiß man den Ethnopluralismus von Al-Adebin-Üscht mit Überlegungen von Karl Schmidt und Konrad Lorenz verbinde. Eckert Schlussfolgerte aus Kubitscheks Veröffentlichungen, dass es ihm beim Thema Migration um eine Offensive gegen muslimische Einwanderer gehe. Es sei damit zu rechnen, dass durch Kubitscheks Strategie Konflikte angeheizt werden. Der überwiegende Teil der Bücher Kubitscheks erschien bei Antares. So auch 2011 die Kasekunden gemeinsam mit Michael Porowitz zusammengestellte Werk Deutsche Opfer, Fremde Täter, das zum Umfeld der identitären Bewegung gerechnet wird. Die Kampagne des Buches, in dem die Autoren rechtsextreme Kampfbegriffe wie Deutschfeindlichkeit gebrauchten, lehne sich an die nationalbefreite Zone der jungen Nationaldemokraten und des Nationaldemokratischen Hochschulbunds sowie die neofaschistische Bewegung Kass abhaut an. Letztere lernte er, wie auch Menzel, in Italien kennen. Kellers Hund zeigte auf das Kubitschek bereits im Buch Provokation, in dem er im Zuge einer sich entwickelnden multikulturellen Gesellschaft einen Vorbürgerkrieg beschwor, den gedanklichen Hintergrund zur angestrebten Raumergreifungsstrategie des IFS entwickelte. Für Kellers Hund zählt das Werk mittlerweile zu den Grundlagentexten der Identitären Bewegung. Vereinzelt erschienen Kubitscheks Artikel in anderen rechten Medien wie der im Grazer Ares Verlag durch Wolfgang Devorak-Stocker. Einst laut Impressum neben Weismann und Kubitschek, redaktioneller Mitarbeiter der Sezession, herausgegebenen Vierteljahresschrift Neue Ordnung. Im Editorial von Christ und Welt bezeichnete die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Christiane Florin das Schrifttum der Familie. Kubitschek Kosezar als rechtsradikal. Der Münchner Soziologe Armin Nasehi veröffentlichte 2015 einen Briefwechsel mit Kubitschek, in dem er den Verleger zu den Rechtsintellektuellen zählte und dessen Verlag als rechtskonservativ bezeichnete. Volker Weiß kritisierte daran, dass Nasehi Kubitschek begrifflich mit klassischem Konservatismus in Verbindung gebracht habe. Damit hätten Kubitscheks Kreise jedoch nichts gemein. Kubitschek wolle sich vielmehr als vermeintlich konservativer Gesprächspartner salofähig machen. Was Nasehi durch handwerkliche Versäumnisse und Fehleinschätzungen in seiner Publikation teilweise begünstigt habe. Schriften, Monografien mit Peter Felzer, Raki Amigiehmann, Texte und Reportagen aus dem Bosnien-Einsatz der Bundeswehr. Edition Antai aus Dresden 2001 ISBN 3-93506-3113. 20 Jahre junge Freiheit. Idee und Geschichte einer Zeitung. Edition Antai aus Schnellrohnda 2006 ISBN 3-93506-3407. Provokation. Edition Antai aus Schnellrohnda 2007 ISBN 978-3-93506-3-760. Mit Michael Poulwitz. Deutsche Opfer, fremde Täter. Ausländergewalt in Deutschland. Hintergrund-Chronik-Prognose. Edition Antai aus Schnellrohnda 2011 ISBN 978-3-93506-3-6-5-4. Herausgeberschaften Editionen mit Karl-Heinz Weißmann, Ellen Kositscher. Lauter Dritte Wege. Armin Muller zum 80. Edition Antai aus Bad Wilbel 2000 ISBN 3-93506-3-008. Mit Erik Lenert. Joachim Fernau. Leben und Werk in Texten. und Bildern. Edition Antai aus Schnellrohnda 2009 ISBN 978-3-93506-3-3-4-0. Auf den Hügeln vor Moskau. Szene. Horst Lange. Mit Illustrationen von Ralf Hörtel Verlag Antai aus Schnellrohnda 2014 ISBN 978-3-9444-2-2-0-3-9. Mit Ellen Kositscher. Tristesse Dreute. Die Abende von Schnellrohnda. Verlag Antai aus Schnellrohnda 2015 ISBN 978-3-9444-2-2-2-1-3. Gespräche und plötzlich ist alles politisch. Götz Kubitsch im Gespräch mit Brigadegeneral Reinhard Günzel. Edition Antai aus Schnellrohnda 2004 ISBN 978-3-93506-3-6-0-9. Unsere Zeit kommt. Götz Kubitsch im Gespräch mit Karl-Heinz Weißmann. Edition Antai aus Schnellrohnda 2006 ISBN 3-93506-3-6-2-8. Deutschland auf Augenhöhe. Götz Kubitsch im Gespräch mit Gerd Schulze-Rohnhoff. Edition Antai aus Schnellrohnda 2007 ISBN 978-3-93506-3-6-3-0. Beiträge Ernst von Salomon in Michael Hageböck, J.F. Sommer-Universität 1993 in Ravensburg. Junge Freiheit Potsdam 1994 ISBN 3-929886-02-2-S. 209 F.F. Preußen. Und nun, in Heiko Luge. Grenzgänge. Leber im Ekorum für den nationalen Dissidenten Hans-Dietrich Sander zum 80. Geburtstag. Ares Verlag Graz 2008 ISBN 978-3-9024-75602-S. 242 F.F. 509 F.F. Sonoc von Laflug, 1- ICAN. 20...? peut-être? 2113 F.